So auf geht's zum Stadion. Geilen Merch gibt es hier auch. Rot und Weiß ist unser Verein. Jetzt bleibe ich am Stand. Manche haben es schon an. So auf geht's. So auf geht's. So auf geht's. So auf geht's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Halt, Halt, Halt! So, was machen wir denn heute? Wir machen heute ein 3-1-Sieg. 3-1-Sieg? Ne Idee, wer die Tore macht? Patrick Honic. Alles klar? Wir machen ein lockeres 2-0. Beide Tore Arsenal. Ja, alles klar. Ich tippe 2-1. Nur der RB. Ja, alle haben schon Bock hier. Der Kollege von Schiedsrichter hier hat uns in Mannheim auswärts bei unserem 2-1-Sieg gepfiffen. Manche haben gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, Segert von den Mannheimern hätte da rot kriegen müssen. Da hat er nicht gesehen und ja, also in der 20. Minute oder so. Aber mal gucken, hoffentlich pfeift er heute ordentlich. Müssen wir mal abwarten. Ja. Warbaktion. Ja. Und jetzt. Ja. 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 Auf Wiedersehen. Applaus Die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche. 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 Die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche, die Kirche. 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 Die Kirche, die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche.